Hallöchen, willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich Hide and Seek hier bei Minecraft auf dem Server The Hive und jetzt wird erstmal abgestimmt. Ich nehme diese Map. Goldrush hat mit drei Stimmen gewonnen. Was nehme ich? Ich nehme Heu. Okay, so. Ich bin gerade auch dabei, eine YouTube-Karke zu schneiden. Die wird dann bald hochgeladen. Na? So, ich bin direkt Sucher. So, was steht denn hier eigentlich? Map by Teen Nectar. Okay. Das sind hier die Blöcke, die ich suchen muss. Ich nehme schon mal das Schwert in die Hand. Na? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Wollt ihr Stress haben? Irgendwas stimmt hier nicht. Äh, ja. Hä? So. Äh, ja. Ist gerade ein bisschen aufgehängt. So, ich hoffe, dass es jetzt geht. Okay. Na, jetzt geht's wieder. Ich glaube, es lag daran, dass erstmal die Map etwas erstellt werden musste. Ich sehe auch noch nicht mal, welche Blöcke denn noch fehlen. Aber es sind sowieso nur noch fünf. Von daher. Hey! Moment, ich stelle mal gerade hier die Empfindlichkeit etwas runter. Das Blöde ist halt, ähm, wenn ich jetzt etwas runter mache, dann ruckelt das etwas. Auf 60. Irgendwie will das heute nicht so ganz. Okay. Ich habe schon, so, ich habe erstmal schon mal ein paar gefunden. Och. Nach zwei Minuten und es fehlen noch ein Heublock und ein Golderzblock. Okay. Das ist genau der Hayopi hier, der mich schon mal äh, geschlagen hat. Ach, nee. Ja. Fangt ihr den mal? So, gewonnen. Sucher haben alle Verstecker gefunden. Sehr schön. So, ich bin jetzt leider nicht dabei. Macht aber auch nichts. Cooler Kopf hat der hier gerade gehabt. Egal. Wir machen, wir gehen in die nächste Runde. Und zwar auf... Komm, wir nehmen mal das hier. Chinatown, okay. Ich nehme mal den hier. Den polierten an, der sieht. So. Gehe ich zu meinem Lieblingsversteck. Ich hoffe, ich schaffe es noch. Zu meinem Versteck. Ach, das wird knapp. Der ist da hinten. Oh Mann, es sind schon so viele gefunden. Geh mal in diese dunkle Ecke hier. Ich könnte es auch ein bisschen heller machen. Hier den Bildschirm. So. Jetzt seht ihr ein bisschen mehr. Na? Ach du liebe Zeit. Na? Findest du mich nicht. Das fehlen noch drei. Was ist mit mir? Drei? Ach du liebe Zeit. Ich dachte schon gerade, da käme ich hier rein. Also mit mir fehlen noch drei. Ich glaube, ich gebe mal einen Tipp ab. Oh ne, ich gebe doch keinen Tipp ab. Das nehme ich einen da in der Nähe. Sobald hier mal keiner mehr ist, dann gebe ich einen ab. Ach nee. Nein, nein! Ey, ich habe mir schon gedacht, dass das passiert. Das ist so ein bekanntes Versteck. Ach, Mann. Ach, Mann, vor allem. Ach, Mensch. Wollte ich sagen. Das CH-Mindel, das blieb in dem Hals stecken. Gut, es fehlen noch ein Grasblock und ein Bücherregal. So, das. Ach, das war der. So, ich glaube nicht, dass das Bücherregal da oben ist. Weil manchmal sind wir schon bekannt und deshalb sehe ich das dann, wenn da was verändert ist. Komm mal nicht her. Also echt, wenn man ein Verstecker furcht bestellt. Ah, Mann. Ich muss mir ein anderes Versteck suchen, wenn ich auf Chinatown bin. Das Versteck ist jetzt hier einfach zu bekannt. Das hätte mir aber eigentlich bewusst sein müssen. So, es wurden wieder alle gefunden. Die Suche haben wieder gewonnen. Und ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in den Kommentaren, was ihr gerne sehen wollt. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.